So geil, was hast du heute gesagt? Ey, halt die Fresse, halt die Fresse, hallo, ich hab dir gesagt, du sollst die Fresse halten. Dummes Kind, also, ihr werdet jetzt schon die Fresse halten und ihr hört jetzt fucking Lupin zu, äh, ich meine fucking Dumbledore zu, okay? Aber Dumbledore ist gar nicht da. Hä? Wie Dumbledore ist nicht da? Wo ist er dann? Nicht her. Ich bin der, dessen Name nicht genannt werden darf. Hitler? Oh nein, Hitler ist auferstanden. Nein, Voldemort. Oh, wie geil, Hitler ist auferstanden. Ich schlag dich gleich kaputt. Ey, ich bin Voldemort, Alter, und ich hab Dumbledore empführt mit meiner Schlange. Hahaha. Mutterwitz. Was für Witz. Sagen Sie mal. Also ehrlich, wenn ihr ihn wiederhaben wollt, zahlt zwei Euro. Nein. Hahaha. Eins. Hallo. Oh nein. Oh nein. Jetzt ist auch noch Beethoven auferstanden. Ich bin... Hänge. Ich bin's. Hänge, du. Du Mist. Hänge, du. Ich zerschlage dich gleich. Ah. Ich hab mich nicht mehr. Hoffentlich kapierst du. Ah. 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 Harry, geht's dir gut? Oh. Oh. Nein, ich krieg mein Zauberstab nicht mehr in die Hand. Gut so. Ähm. Ich hoffe, dir geht's wirklich nicht gut. So. Ähm. Hey, Connigal. Ey. Wo ist, wo ist Dumbledore? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Er wurde entführt. Von wem? Ey. Ey. Das ist es eben. Ähm. Dumbledore wurde von Voldemort entführt und seiner Schlange. Das hat doch gerade, wie bei Connigal gesagt. Ich bin so wieder unzulich. Ich... Oh. Mein. Mein. Mein Regenschirm. Oh nein. Den lass ich verlegen. Oh nein. Der Schlange... Weg, Connigal. Wo ist Dumbledore? Er wurde entführt. Von wem? Voldemort. Oh nein. Was will er? Wie kriegen wir ihn zurück? Er will zwei Euro. Oh nein. Aber wir haben nur drei. Ja, das ist es eben. Kinder, spendet mir Geld. Nee. Ey, du Hurensoz. Au. Ah. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Oh nein. Die Schlange kommt. Oh nein. Die Schlange. Die kommt. Oh nein. Die wollen uns alle fressen. Meine Haare. Jetzt ist alles sehr gut. Oh nein. Die Schlange. Die will. Die will. Oh nein. Hättet ihr nicht mehr kommen. Hilfe. Ein Zimmer. Oh nein. Was ist mit dir passiert? Ich glaube, ich habe mich verletzt. Das kann aber nicht wahr sein. Das ist der Sicherheit. Da wird. Das kann nicht wahr sein. Aber Homebreds steht für äußerste Sicherheit. Das könnte. Da wird. Ich kann nicht mehr reden. Da wird niemand verletzt. Niemand. Niemand. Die große Haare brennt. Oh nein. Hey, wie jetzt? Die Kerzen sind da runtergefallen. Ach so, ja. Scheiße. Harry, du musst mich hier raustragen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Meine Beine tun weh. Ich trage dich raus. Hilfe. Nein. Keine zweite Zeit. Keine Zeit für jemand anderen. Oh, Christ ist explodiert. Ach du Scheiße. Oh nein. Was ist hier passiert? Wieso ist das explodiert? Boah, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße? Was ist denn hier passiert? Ich glaube, Harbrot ist explodiert. Halt's Maul. Harry, du Schuchtel. Was ist passiert? Harry, wo bist du? Harry. 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 Wo ist denn der Schuchtel? Der ist... Explodiert. Halt's Maul. Aber ist doch... Halt's Maul. Oh, oh. So, wo haben wir diesen Schuchtel? Harry. Harry, was machst du da? Ich habe es als einzigster überlebt. Oh, Idioks. Ich will wissen, was hier passiert ist. Die große Halle ist explodiert. Wie tun, du Schuchtel? Weil die Kerzen ja explodiert sind. Okay. Oh, oh nein. Was ist denn, du Schuchtel? Es gibt keine Schlange. Außer die kleinen Schlange, aber es gibt keine riesen Schlange. Was willst du, Schuchtel, jetzt? Verpiss dich, oder ich schlag dich zusammen? Ah. Jetzt habe ich noch meinen Scheiß-Zauern, Schapalot. Wegen dir. Oh, mein Gott. Wie verpiss dich. Oh, du Schuchtel. Ich schlag dich gleich zusammen. Ah. Oh, wie baust du dich jetzt schon wieder zusammen? Mein Gott. Das kann ja nicht sein. Hier. Nimm diesen Ball. Aber verpiss dich. Nimm den Ball. Jetzt hast du auch seine Zahl verloren. Verpiss dich. Gut so. Verpiss dich, du Schuchtel. Was war denn das? Ich weiß es nicht, Harry. Wer bist du? Ach so, Hermine. Hast du mich vergessen? Äh, nein. Du bist ja die wichtigste Harry-Porter-Charakterin im ganzen Land. Oh, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin jetzt in Sicherheit. Wo bin ich denn hier? Das sieht verletzlich aus hier. Hey, deines behindertes Kind. Hier halt, wo bin ich hier? In Hogwarts. Oh Gott. Hä? Lustig. Das klingt ja nicht Hogwarts. Weil es auch ist. Aber von hier bin ich doch gekommen. Und du siehst aus wie dieser behinderte Harry-Potter. Weil ich das auch bin. Oh, dann nimm es persönlich. Äh, okay. Ich verpiss dich jetzt hier. Was ist denn hier passiert? Oh, der Sand ist explodiert. Ich werde jetzt Dumbledore suchen. Und so machte sich Hagrid auf die Reise nach Dumbledore. Im verlorenen Wald. Ist er angekommen. Letzten Monat. Wo es geregnet hat. Also Schnee geregnet. Oh, ich werde jetzt an den Verlaufen. Ist Dumbledore vielleicht hier? Oh nein. Der Schnee bringt das Boot zu sinken. Ah. Ah. Oh. Oh. Scheiße. Spinnen. Ah. Spinnen. Ah. Ah. Verpisst euch, ihr Ohrensehner. Verrecht. Verrecht hier. Ihr. Dort, wo ihr hergekommen seid. Verpisst euch, ihr Ohrensehner. Und dann kommt. Oh nein. Nicht du schon wieder. Oh nein. Wer kann mir jetzt auch helfen. Oh nein. Wer kann mir jetzt auch helfen. Oh nein. Du Ruhe und Ruhe. Aber hat es dir nicht gereicht, das ist mein Motor beleidigt. Ah, so, mach doch mal die Musik aus, nein, ah, weißt du was, du hast recht, das ist cool, so, so, wir müssen, wir müssen Voldemort aufhalten, er will mal eine 2 Euro klauen, oh, ja, los, wir haben ja nur 3. Was, oh, was für ein schöner Tag, heute Kinder zu unterrichten in einer Zauberschule, ich bin der, dessen Name nicht genannt werden darf, Hitler? Nein, Voldemort, man, kenn ich nicht, aber gleich wirst du mich kennenlern, du dumme Fotzer, ah, 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 ah. Ah, ah! Oh nein! Ah! Ja, jetzt bin ich der Stärkere! Oder die Stärkere, weil ich bin die Frau! Ah, ah! Hilfe! Hilfe! Hier wird eine Frau unterschlagen! Ah! Keine Waffe! Ich bin da! Wollte Woll! Gib mir meine zwei Eure zurück! Gib mir meine zwei Eure und ich bin glaube ich! Oh nein! Verfiss dich! Ah! Ha! Frau! Wie heißt sie eigentlich? Äh! Ich bin Miss Nicht-Dumbledore! Kurz Frau Nicht-Dumbledore! Oh! Sie sind eingestellt! Huh! Da habe ich sie doch kurz vor Voldemort gerettet! Ja! Und so wurde Hogwarts wieder aufgewacht! Und Frau Nicht-Dumbledore! Nicht-Dumbledore! Eingestellt! Als... Mathelehrerin! Ich bin eure neue Mathelehrerin! Oh! Da ist noch niemand! Ja! Ein bisschen zu früh! Na ja! Egal! Dann gehe ich jetzt nach Hause!